Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Ha ha ha! Denn da werden aus Freunden Feinde. Sowas kann zum Glück meinem Podcast-Kollegen und mir nicht passieren. Hallo Zero! Salute! Hi! Ich bin Johannes und wir werden hier natürlich immer freundschaftlich podcasten. Egal, ob wir unterschiedliche Meinungen zu brutalen Horrorfilm-Clown-Filmen haben oder nicht, oder? Ähm, das überlege ich mir noch, wenn der vierte Teil dieses von dir angesprochenen Clown-Films rauskommt und du dann immer noch sagst, dass die alle dumm sind. Aber bis dahin bist du noch, hast du ein schönes Leben. Alles cool. Ist die Frage, ob ich den vierten Teil sehen werde, weil der dann bestimmt irgendwie fünf Stunden lang ist oder so. Äh, der dritte war jetzt auch kürzer als der zweite. Wir gehen wieder ein bisschen zurück. Aber wir schweifen völlig ab. Wir wollen über die südkoreanische Produktion Uprising sprechen oder auch unter dem Titel Raw and Revolt veröffentlicht. Der hat dieses Jahr das Busan-Filmfestival eröffnet und ist seit dem 11. Oktober auf Netflix zu finden. Regisseur ist Kim Sang-Men und einen prominenten Namen haben wir noch in der Produktion. Und beim Drehbuch, das ist nämlich niemand geringerer als Park Chan-Wook. Zero, worum geht es denn in Uprising? Gerne doch. Wir haben einen historischen Action-Film von dem Regisseur, wie du gesagt hast, von Kim Sang-Men. Der Film spielt in der Yoseon-Ära in einer turbulenten Zeit nach dem Krieg. Und wir verfolgen halt in Klammern selbstverständlich zwei Freunde, die sich schon aus ihrer Kindheit kennen, dabei, wie sie a. durch diese Zeit gehen und auch gerade in der Post-Ära vom Krieg dann zu Feinden werden. Am Anfang haben wir die beiden Protagonisten, nämlich einmal, jetzt ist es lustig, Xiong Yong. Das ist nämlich ein junger Sklave, der aber ganz, ganz bemerkenswert Fähigkeiten im Schwertkampf hat. Und Zhong Ryo, und das ist ein kleiner Spross vom sehr einflussreichen Militärfamilienführer, nenne ich es jetzt mal, aus Yoseon. Und die beiden werden dann durch einige Dinge nach dem Krieg zu richtigen Erzfeinden. Genau, ich bin gerade überlegen, wie man am besten in diesen Film einsteigt, weil gerade am Anfang der mit unterschiedlichen Rückblenden, also ich fand es schwierig, mich zu orientieren. Ging es dir das auch so? Ja, das, was du ansprichst, das ist gerade ein kleines Manko des Films. Du hast diese Rückblende, die verwirren einen dann schon. Wo sind wir gerade? Was ist jetzt? Man braucht da immer doch schon seine, ach gut, fast 60 Sekunden, bis man sich dann doch reinfindet, wo man gerade ist. Wenn man die Figuren dann sieht und das irgendwann auch so nach ein paar Minuten drin hat, wer wer ist, dann wird es ein bisschen einfacher. Aber der Film, der macht den Einstieg schon nicht einfach, weil man auch erst noch nicht weiß, wer ist denn jetzt überhaupt meine Hauptfigur? Mit wem muss ich jetzt mitfiebern? Auf welcher Seite bin ich? Ja, das macht er nicht einfach. Aber er belohnt. Er belohnt zum Ende hin. Man sollte dranbleiben. Ich fand es auch schwierig, da einzusteigen. Vor allem ist er noch aufgefallen, also ich habe schon einige südkoreanische Filme guckt, auch noch nicht viele. Aber so südkoreanische Historienfilme habe ich bis jetzt noch kaum welche geguckt. Aber ich glaube, also wir sind, glaube ich, eher hier im Westen sozialisiert, so mit japanischen und chinesischen Historien. Epen, aber so südkoreanische. Hast du da viel gesehen? Viel? Mir würde jetzt kein einziger einfallen, wenn ich ehrlich bin. Ich überlege gerade, wie hieß der? Mit der Armee, die gegen Geister dann so rumkämpfen. Das war aber, glaube ich, auch eher chinesisch wieder. Der eine Film mit der Armee. Der Armee, die aber gegen Geister kämpfen. Das ist ja das Besondere. Meistens sind mir auch diese historischen Stoffe immer relativ trocken und die sind ja wirklich immer lang. Also wir sind jetzt mit 126 Minuten, ist das vielleicht sogar noch ein kürzerer Film in dem Bereich. Und es zieht sich ja sehr oft, weil es ja viel erzählt werden muss. Und ich glaube, nee, da bin ich sonst auch nicht so. Ich glaube, das letzte historische Drama, was aus so einer Ecke kommt, war aber auch eher Japan. Das war Turtles 3. Dann lass uns vielleicht mal einsteigen. Also inhaltlich geht es ja um mehrere Themen, aber wir können ja am Anfang mal bei dieser Freundschaft bleiben, die dann zu einer Feindschaft wird. Wie fandst du das denn geschildert? Hat das für dich funktioniert, dass die beiden sich anfreunden und dann aber durch unglückliche Verwicklungen zu Feinden werden? Ja, also dass die zu Freunden werden, das finde ich, ist jetzt 0815 aufgebaut. Das sind zwei Kiddies halt. Kinder verstehen sich ja relativ schnell immer ganz gut oder halt auch gar nicht. Und die verstehen sich doch recht schnell. Und der eine bringt dem anderen ein bisschen was bei. Und das ist auch alles so ganz nett und auch verständlich gemacht. Da kann ich gut mitgehen. Wo dann jetzt der Umkehrschluss kommt, wo sie dann zu Feinden werden, sage ich, boah, nee, also das ist zu einfach gemacht. Man hätte ja einfach mal, wenn man so dicke Bros ist, dann hätte man einfach mal kurz sagen können, ey, warst du das, warum ich dich jetzt gerade jage? Oder warst du es nicht? Und nicht, ich bring dich auf jeden Fall um. Du musst es ja gewesen sein. Also da fehlt mir einfach dieser Diskurs einfach mal kurz so, ey, stimmt das überhaupt? Und ja, aber sonst hätten wir keinen guten Film gehabt, glaube ich. Wäre ja langweilig geworden. Es ist wieder dieses Problem, hätten sie einfach mal zusammen Tee getrunken und gesprochen, dann wäre das alles nicht passiert. Nee, definitiv nicht. Und dann beschäftigt sich der Film ja noch einerseits mit einer japanischen Invasion oder Angriff auf die koreanische Halbinsel und gleichzeitig auch noch mit so einer Freiheitsbestrebung der Sklavinnen und Sklaven. Damit packt der Film ja ganz schön viel unter einen Hut. Hat das für dich funktioniert? Ja, das hat wie gesagt eine ordentliche Lauflänge und da hat er das gut mit reingebracht. Ich fand anfangs erst noch das mit diesem, du hast ja einen König da und da haben wir es schon ein bisschen kleiner gehalten. Da hätte ja sein können, dass wir mit dem Kaiser sogar noch anfangen. Aber wir haben da den König, den fand ich zum Glück vom Anfang an immer schon sehr, sehr schwierig als Figur, was es dann einfacher macht, sich für eine Seite zu entscheiden. Und dann kam halt die Japaner auch einfach als Invasoren da so hin und die waren auch einfach alle scheiße, also charakterlich zu den Leuten, haben halt nur abgeschnetzelt und es um die mir nur noch die Rebellen übrig, die wir cool finden können. Und dadurch fand ich das aber ganz gut auch auf den Punkt gebracht, dass die jetzt halt kämpfen müssen gegen die eine und gegen die andere Seite. Und das war komplett verständlich. Ich fand, der war so ein bisschen unfokussiert. Ich finde, es hat sich in der zweiten Hälfte, hat sich das besser angefühlt, weil dann konzentriert er sich, finde ich, mehr auf, weil dann haben sich sozusagen einige Sachen erledigt und die Fronten sind klarer. Aber ich finde gerade am Anfang, denke ich, ich weiß nicht, ob der all diese Themen gebraucht hätte und ob das nicht irgendwie besser gewesen wäre, einen dieser drei Handlungsstänge vielleicht wegzulassen. Also hättest du jetzt zum Beispiel die Japaner, hättest du komplett rausnehmen können. Also wenn die weg gewesen wären, hättest du den, also der Message des Films, hättest du ja nicht geändert. Es geht ja, wie gesagt, im Hauptpunkt um die beiden Männer, um die beiden Freunde. Und wenn die Japaner nicht als dritte Partei noch mit reinkommen, ändert das ja nichts an dem, was wir sehen wollen. Was passiert mit den beiden? Die sind uns ja wichtig. Ob die Japaner da irgendwelche Leute da wegschnetzeln, das gibt halt doch geile Action-Szenen für uns mehr. Aber es bringt halt die Story nicht wirklich voran. Es stoppt die Story ja sogar eher noch ein bisschen. Also hätte man den Strang rausgenommen, wäre es, finde ich, genauso ein guter Film geworden halt, um diese Auseinandersetzung der beiden Freunde. Aber ich fand's gut, dass wir dadurch halt nochmal die ein oder andere Action-Szene wieder mit reingebracht haben. Du hast ja den König schon angesprochen. Und ich sag mal so, der ist ja einfach von Anfang an voll der Lappen. Also der wird ja fast so, weiß ich nicht, als so eine Karikatur gespielt. Der ist ja wirklich, also der ist einfach nur doof, kriegt überhaupt nichts geregelt und weiß auch, also checkt überhaupt nicht die Situation beziehungsweise ist da voll in seinem eigenen Film und hat überhaupt keinen Blick für sein Volk. Also ich fand's irgendwie super kurios, dass diese Figur in diesem meist doch relativ ernsten Film drin ist. Also ich seh das auch wie du, er war komplett der letzte Folder, aber ich glaube, der war halt auf sich nur fixiert und der wollte ja unbedingt dann später nach dem Krieg, dass sein Palast wieder aufgebaut wird und das ist sein wichtiges Ziel. Und was mit den Leuten draußen ist, das juckt ihn halt wirklich gar nicht. Aber der denkt sehr, sehr kurzfristig nur und man merkt ja auch immer, wenn der dann mit seinen Untertanen, also die für ihn dann arbeiten, die seine Minister sozusagen eben da redet, die haben schon alle Angst und Respekt vor dem. Obwohl der halt, wie du sagst, das ist ein kompletter Lulli. Also richtig viel auf dem Kasten hat er nicht und warum gerade der König ist, naja, wer weiß. Ja, der Film ist da halt überhaupt nicht subtil. Du hast ja auch die Japaner schon angesprochen und also das sind die übelsten Sadisten. Das ist halt schon irgendwie, also das fällt schon, finde ich, sehr häufig auf, dass in südkoreanischen Filmen, ich check das auch schon mit der Vergangenheit, dass Japaner da irgendwie immer als das absolut Böse, als die miesesten Säcke dargestellt werden. Aber ich muss sagen, ich fände es, glaube ich, ehrlich gesagt mal erfrischend, wenn es nicht so ist. Auch wenn man sich die Roundup-Reihe mit Don Lee anguckt, da sind auch immer, immer aus dem Ausland kommt das Böse. Das ist schon ein sehr krasses Narrativ, finde ich. Ja, aber es ist halt leider viel verbreitet. Das haben wir ja auch. Oder die Amerikaner ja auch noch mehr. Da sind es dann die Chinesen, die Russen, die Vietnamesen. Das Schlimme kommt meistens sehr selten nur von innen. Gerade wenn es so um Kriegs- oder historische Filme geht. Bei uns Deutschen ist es halt schwierig. Wir können nicht sagen, das kommt alles von außen, wenn wir einen zweiten Weltkriegsfilm machen. Das wird da nicht gehen. Aber das ist bei vielen anderen Ländern wirklich so. Das ist auch sehr auffallend, wenn man das dann guckt und sagt, okay, hätte ich dann nicht einfach sagen können, der König ist einfach der Überböse und hätte ja auch gepasst, wie Robin Hood-Story mäßig. Dass der der Schlimme ist und da müssen die jetzt gegen vorgehen. Nee, da musste noch eine Partei her, die nochmal sagt, die sind schlimmer als jeder Südkoreaner. Definitiv. Ich glaube, das ist für das Volk dann wichtig, wenn es sich anschaut. Ja, ich finde das irgendwie schade. Also ich fand es irgendwie sympathisch, dieses Freiheitsbestreben der Sklaven, sozusagen quasi die Unterdrückten erheben sich. Wir haben auch diesen Revolt im zweiten oder internationalen Titel. Aber das wird ja im Film auch immer mit dem Volk verbunden. Also das hat, finde ich, schon, ist immer die Frage, wie sehr das irgendwie gemeint ist. Aber ich finde, man kann das auch schon auf so eine nationalistische Art lesen. Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist da auch teilweise so gemeint. Und ich glaube, für die ist das aber auch relativ normal. Wie eben gerade schon erwähnt, in Deutschland, wir gucken auf sowas immer auf einen ganz anderen Blickpunkt, weil wir eine ganz andere Historie haben. Und bei denen ist das relativ normal, gehe ich von aus. Also mir fällt jetzt, wie du schon gesagt hast, kein asiatischer Film, ein oder allgemein ein Film, was irgendwie in anderen Ländern, wo nicht irgendein anderer Gegenspieler noch dazukommt, der nicht aus dem eigenen Land kommt. Es gibt ja wirklich wenig Filme, außer du hast natürlich so ein, wie heißen das? Oh Gott. Nicht Städte Krieg. Hilf mir doch mal auf die Sprünge. Wenn im eigenen Land ein Krieg losgeht. Bürgerkrieg. Bürgerkrieg. Dankeschön. Außer wenn so eine Bürgerkrieg-Szenerie ist, dann hast du natürlich deine eigenen Seiten. Und da gibt es dann auch meistens immer drei, vier Filme, dass jeder mal einkriegt, dass jeder auch mal einer Seite sein darf, komischerweise. Aber sonst muss immer irgendwie das Böse von außen kommen. Ich glaube, es ist so eine Beruhigung für die eigenen im Land Zuschauer, die sagen, ja, bei uns sind aber trotzdem noch, selbst die Bösen sind noch besser als die Bösen von draußen, um sich selber zu beruhigen. Also würde ich so zumindest verstehen. Ja, bestimmt. Das hat natürlich eine super, so eine Bestätigungssache. Auch wenn ich ehrlich gesagt sagen muss, ich konnte nicht so mit allen Figuren bonden. Und ich muss sagen, ich fand den japanischen Anführer ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob das für oder gegen mich spricht. Ich weiß es auch nicht. Hast du früher öfter mal oder immer noch kleinen Kindern in die Nase geklaut? Das wäre jetzt die wichtige Frage. Also nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Ja, siehst du. Oh nee, ich fand den nicht großartig sympathisch. Also ich fand den genauso wenig sympathisch wie den reichen Jungen. Den fand ich auch nicht sympathisch. Anfangs fand ich den sogar relativ dumm als Kind, muss ich sagen. Das war ein relativ, naja. Oder unwissend, sehr unwissend und naiv. Also der Einzige, für den ich dann eher doch schon war, war halt der arme Sklavenjunge. Das soll, glaube ich, auch irgendwie so gemacht werden. Aber ich fand ihn auch am sympathischen. Und der hat auch irgendwie versucht, zumindest sein Ding durchzuziehen, bis es halt irgendwann nicht ging und er dann die Richtung doch nochmal ändern musste. und ja, alle anderen in dem Film, die waren mir jetzt, also es gibt noch eine Figur, der von einer Frau gespielt, Gott, ist so schlecht die Aussprache gleich wieder, Böhm Dong. Die ist sehr sympathisch auch, aber auch nur, weil die mit dem Flug die ganze Zeit rumläuft und ich bis zu dem Film nicht wusste, was für ein tödliches Gerät doch so ein Flug sein kann. Auf jeden Fall. Ich finde da, also ich glaube, wenn man so ein bisschen, weiß ich nicht, radikal politisch aufgewachsen ist oder irgendwie sozialisiert ist, da freut man sich über so eine Figur, die einfach auch mal denkt, ich habe keinen Bock zu reden. Ich haue einfach mal dem Aristokraten den Schädel ein. Das hat auf jeden Fall Laune gemacht. Ja, also sie hat auch schon mit die besten Szenen, obwohl bei vielen Szenen, das siegt aber, glaube ich, auch, das ist also ein Herkunftsding. Ich glaube, dass man das nicht versteht, weil ich wüsste jetzt nicht, warum, beugen die sich jetzt schon wieder nach vorne, warum sind die nochmal so demütig, obwohl sie eigentlich schon gesagt haben, sind jetzt gegen die Sache, die die anderen machen. Ich glaube, das ist aber halt wirklich, ist bei denen halt so verankert, komplett in der Herkunft, wo ich sagen würde, das würde ich, würde ich sagen, nein, fickt euch, ich habe gesagt, ich möchte das nicht machen, ich mache einen anderen Weg, ich gehe jetzt. Aber die sagen dann nochmal trotzdem Danke, verbeugen sich und so. Ja, es ist schon ein bisschen anders, aber wenn ich da, glaube ich, reindenken kann so ein bisschen, macht das auch ein bisschen Spaß und also sinnlose Sachen, finde ich, sind so viele gar nicht drin vorgekommen, komischerweise. Ich weiß, welche Szenen du meinst und ich fand die auch zum Teil unfreiwillig komisch. Also es gibt so eine Szene, wo der König mit seinem Gefolge flieht und dann stolpern da irgendwelche Leute und dann fällt irgendwie die Königin runter und dann fallen die alle direkt auf den Boden und sagen, bringt mich um, bringt mich um. Und das gibt es mehrfach auch bei so Kleinigkeiten, wo ich auch gedacht habe, boah. Und ich fand, es gab so Stellen, wo ich den Film irgendwie immer, also ich weiß nicht, ob ich dazu abgestumpft bin, aber du bist theoretisch ja mindestens genauso abgestumpft als Horrorfilm-Fan. Es gab eine Szene, wo ein Junge seinen erhängten Vater sieht und eine Krähe dem erhängten Vater die Augen auspickt. Und eigentlich dachte ich, okay, das ist ja eine Szene, die irgendwie krass und heftig sein muss und ich muss sagen, ich fand die irgendwie unfreiwillig komisch. Ich weiß nicht, also mir hat diese Tonalität des Films, ich fand die ganz komisch. Geht das auch so? Also meistens ja. Meistens ja. Gerade bei der speziellen Szene fand ich nicht mal das mit der Krähe und dem Auge fand ich es nicht witzig. Da dachte ich so, ach cool, also der ganze Film, muss man dazu sagen, der ist ordentlich blutig und auch hat eine ordentliche Härte, was ich finde, was aber auch dazu allen passt. Es sind überwiegend Schwertkämpfe, wenn da jetzt kein Blutspritz und ein paar Körperteile abfallen, denke ich immer, Leute, das ist ein Schwert. Die sollen scharf sein. Wenn da nichts passiert, ist es immer ein bisschen dumm. Also das haben sie gut gemacht. Aber bei der Szene haut der Junge nochmal mit so einem Stock dann da oben gegen oder mit irgendwas und da musste ich dann auch lachen. Und da dachte ich so, also er will ja, dass die Krähe weggeht, aber es sieht eher aus, als ob er so eine Pinata schlägt. Und da musste ich auch ein bisschen lachen. Ja, das hat schon so ein paar Szenen. Also ich finde es auch natürlich lustig, wenn das Endbild des Films ist für mich so funny gewesen und sagt deutlich mehr aus, als eigentlich nur, was da gerade ist. Aber es ist schon lustig, dass da wirklich Körperteile abfliegen. Dem einen wird in so einem Kampf, das ist so ein Übersetzer, wird das Bein abgeschlagen und der übersetzt trotzdem die ganze Zeit immer vom Japanischen, dem Südkoreanischen und andersrum weiter. Und das ist so hohl, weil warum sollte er? Der verblutet doch eh gleich. Aber nein, übersetzt immer weiter. Ey, ja klar, das ist lustig. Also es ist wirklich lustig. Und dann verlangt er auch noch, dass man ihm seinen Fuß bringt, wo ich denke, wieso? Also in der heutigen Zeit kann man das ja schnell, wenn es schnell ist, wieder annähen. Aber also weiß ich nicht, was er noch mit seinem Fuß wollte. Ja, die Füße fürs Fußvolk halt. Also der wollte den wieder haben. Du willst ja auch komplett begraben werden. Und dann dachte er sich, gib mir den Fuß wieder. Aber erst mal, ohne den ganzen Humor bei dem Film, das ist schon, also ich sag mal, ein härterer Film. Also Napoleon ist deutlich weichgespülter als Uprising. Der hat auf jeden Fall deftige Momente. Und es gibt auch gegen Ende eine Kampfszene, also ich musste so ein bisschen an Ritter der Kokosnuss denken, weil einem Gegner mehrere Körperteile abgeschnitten werden. Und also ich dachte kurz, er sagt jetzt auch, einigen wir uns auf Unentschieden. Gut, dass du es sagst. Ey, lass es mal jetzt vor der Aufnahme bei mir jetzt nach keine zwei Stunden her sein, wo ich die Szene geguckt habe. Und diese Szene, die habe ich auch so verloren. Da gucke ich gerade, denke mir so, ey, bitte, 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 hack ihm jetzt noch irgendwie die Füße ab und den Kopf oder so. Ey, ich musste so direkt daran denken und ich fand das so schön. Ich glaube auch, das haben die auch mit bedacht, irgendwie, dass die Leute, die den Film kennen, auch in der Situation daran denken. Weil, ey, das ist ohne Spaß. Weil der redet ja auch noch ohne Arme und das ist so geil. Oh Mensch, der Film wird immer lustiger, umso mehr man drüber spricht, glaube ich. Ich bin ja nicht so begeistert, aber was man einem, was man dem Film, finde ich, nicht vorwerfen kann, ist irgendwie das Produktionsbudget und der Aufwand. Weil es gibt, ich finde, man merkt das schon, also es gibt Szenen, wo klar mit CGI gearbeitet wird, was so irgendwie die Hintergründe oder irgendwelche Schiffe angeht. Aber ich finde, das wird sehr gut in Szenen gesetzt und die schaffen es, finde ich, unglaublich gut, so Massenszenen zu inszenieren. Also man merkt, dass da ganz viele Leute häufig sind. Besser als das zum Beispiel Rings of Power nicht so gut schafft. Das ist dieses Herr der Ringe Serie Ding, ne? Genau. Ja, weil ich bin auch aus Serien raus. Ich kriege das immer nur mit, wenn beim Telestammtisch, wo das super wegen Folgenbesprechen gemacht werden, da höre ich manchmal rein, aber auch ehrlich nicht immer, weil interessiert mich nicht so wirklich. Aber ja, da hast du recht. Also ich finde gerade alle Choreografien, in diesem Action-Bereich mit vielen Leuten, machen die schon ganz cool. Ist jetzt kein Raid oder so, aber ist schon krass und wie gesagt, ich habe lange keinen Film mit so guten Schwertkämpfen mehr gesehen oder auch anderen Waffen manchmal und gerade du hast so, wo du es ansprichst mit den Schiffen, finde ich, das ist so ein richtig schönes Poster-Ding, wo die dann so bis vorkommen, das sieht geil aus, dann auch noch gibt es ganz frühe Szene, da brennt so ein größeres Grundstück damit ab. Da ist auch so ein Bild, denke ich mal, wenn du das jetzt rausnimmst als Poster-Ding, das sieht auch geil aus. Die haben da so ein paar Shots, die richtig gut aussehen, das Ganze drumherum, finde ich, haben sie auch eine gute Kulisse genommen, gute Settings gewählt. Das sieht schon auch fein aus, also das ist jetzt keine billige Independent-Produktion. Nee, es gibt auf jeden Fall schon so ein paar Money-Shots, ich finde, es gibt dann auch Szenen, die eher so durch Wachsen inszeniert, sind hier gerade ganz viele Dialoge, die fand ich eher langweilig. Ich fand einige Kampf-Szenen sehr gut, also wenn das erste Mal der Held auf den japanischen General trifft und dann an so einem Bach kämpft, das fand ich tatsächlich sehr, sehr gut inszeniert. Gegen Ende gibt es so eine Szene im Nebel, die ich in der Theorie irgendwie super spannend fand, aber die dann für mich leider nicht so gut funktioniert hat. Ja, das mit dem Nebel, da dachte ich mir auch, ja, okay, wie wollen die das jetzt anders regeln? Es ist so ein, beim Wrestling-verson-Supple-Thread-Match, jeder gegen jeden, drei Leute. Ich glaube, das ist schwierig, weil ich dachte auch immer so, das klappt doch nicht. Dann anfangs versuchen wir es so mit so ein bisschen Zeitlupe und das sieht wirklich noch ganz geil aus, aber hättest du da jetzt gerne zehn Minuten so einen, ja, Zack-Snyder-Zeitlupenkampf gehabt, eigentlich hätte das auch nicht so reingepasst. Und mit dem Nebel, finde ich, haben sie es clever gelöst, dass man halt weiß, okay, die fighten da jetzt noch wie bekloppt, aber man sieht es halt nicht richtig. Und ja, da hätte ich auch gerne mehr gehabt. Aber es hat für mich, fürs Finale hat es dann gepasst, weil da war eigentlich nur noch wichtig, was machen jetzt die beiden Freunde, was der andere da überhaupt will. Mein Gott, lass ihn da mitspielen, er hat sonst keine Freunde mehr. Aber ja, das hätten sie cleverer gemacht, also sie haben es cleverer gemacht, aber sie hätten das größer inszenieren können, als es bei Mandy jetzt war. Ja, ja, ich fand andere, ich fand, also ich fand einige, ich fand die, die, die Anfangsszene gar nicht schlecht. Also man sieht ja ganz am Anfang so eine, so was ist gar keine Leiche, weil man sieht einen, einen Körper, der mit einem Schwert durchbohrt ist und dann erfährt man, dass der noch lebt und dann fährt so langsam die Kamera weg und dann sieht man, dass da rum noch eine Schlacht tobt. Das fand ich ganz nett. Aber ich bin nicht so ganz begeistert von der Inszenierung. Ich weiß auch gar nicht, woran es liegt, weil manchmal sieht es gut aus und manchmal fand ich, sah es nicht so gut aus. Du hast halt einfach keinen Filmgeschmack, Johannes. So ist es, wir müssen es abkürzen. Nein, ich weiß es auch nicht. Manchmal ist es ja so. Ich habe ja auch manchmal Filme, wo ich mir denke, boah, eigentlich ganz geil, aber irgendwie fehlt mir was, was ich auch nicht beschreiben könnte. Weil wie du sagst, Produktionsbudget ist gut, die Maske finde ich auch richtig gut, weil die Leute sehen nicht so aus, wie sie in einem Film aussehen. Das ist normal, so läuft keiner mehr rum heutzutage. Und die sind auch schon gut geschminkt, selbst diese Alterungssachen, die altern ja auch so ein bisschen, finde ich, haben sie auch gut gemacht. Die Effekte sehen überwiegend auch gut aus. Ich bin auch überlegt, was könnte, ja, die Dialoge hast du recht, da sind ein paar, die sind ein bisschen, ja, nicht ganz so gut. Naja, manchmal ist es so, es gibt Sachen, da passt es halt nicht zusammen. Es ist wie eine Beziehung. Ich glaube, was ich zum Beispiel ein bisschen, also ich finde die Idee cool, aber es hat für mich nicht so funktioniert. Es gibt ja so, bei einigen Kämpfen so, dass die Kamera quasi am Schwert klebt. Und ich fand das in der Theorie cool, aber das war mir irgendwie zu modern. Also ich glaube, da hätte ich es irgendwie ein bisschen Oldschool-mäßiger gewünscht, weil das wirkte, das wirkte fast, weiß ich nicht, das hat für mich, also das hat ja so, fast so, weiß ich nicht, Ego-Shooter, eine Ego-Shooter ist es ja nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich, bei dieser einen Szene zum Beispiel, wo sie, so ein Hinterhalt kommen, da sind ja auch viele Angreifer und da hat man ja immer das Problem, auch bei Kampfsportfilmen sowieso, es müssen ja immer welche warten, kann ja nicht alle auf einmal draufgehen und das sieht halt immer eben ein bisschen komisch aus und da dachte ich auch, wie machen sie denn das jetzt mit dem Schwert, wie wollen sie das denn jetzt regeln und das sah mir dann ein bisschen so aus, es gibt ja so Videospiele, ich komme jetzt nicht auf den speziellen Namen, wo auch eine Figur ist und dann aber so Horden an Gegnern auch immer wegballert, da gibt es ja extra so ein Genre für und das sah mir auch ein bisschen so auf, da macht er mich immer so ein paar Drehsprünge und so, dann gehen die Genre natürlich weiter weg, weil sie nicht geschnitten werden wollen, aber wenn man ganz realistisch ist, wenn jetzt drei Leute draufgehen, die natürlich für ihren, ja, Lebensherren ihr Leben lassen würden eigentlich, können einfach vier Leute drauflaufen, mehr als einen abstechen oder zwei kann er gleichzeitig nicht und die anderen hätten ihnen dann halt das Schwert weggenommen und abgestochen. In der normalen Welt wäre es so gelaufen, aber da sieht es natürlich viel schöner aus, wenn da so ein bisschen, ich vergleiche es mal so mit so einer Tanzchoreografie und so sah das da teilweise dann auch aus und manchmal hat es mehr gepasst und geballert und gerade in so einer großen Szene mit vielen Leuten, da halt eher weniger. So ist es. Zero, hast du noch was, bevor wir zum Fazit kommen? Ich habe leider nichts mehr, wie ich dir den Film noch schmackhafter machen kann, vielleicht mit einem Fazit. Ich versuche es. Dann würde ich einfach sagen, ich fange mit dem Fazit an, weil dann kannst du den Podcast positiv beenden. Ich finde den, also der ist wertig produziert, ich finde den aber irgendwie, also ich fand den zu lang, ich fand den zu unfokussiert, ich bin irgendwie auch so ein bisschen widersprüchlich, was diese, was dieser politischen, ja weiß ich nicht, ist halt die Frage, ist das intendiert oder je nachdem, wie man das lesen kann und weiß ich nicht. Ich habe mich dann doch relativ lange gelangweilt, auch wenn er sich in der zweiten Hälfte so ein bisschen mehr fängt und einige Momente hat und ich meine, also die Rüstung des japanischen Generals sah halt richtig, richtig cool aus. Ich glaube, das ist für mich so das Highlight und das ist dann doch, glaube ich, zu wenig für mich. Aber dir hat er ja besser gefallen. Ja, und allen, die nach meinem Fazit denken, hey, das muss ich sofort gucken, der läuft, wenn das Ding rausnimmt, läuft der schon auf Netflix, Leute. Ihr könnt sofort loslegen und was mir gerade noch einfällt, bevor ich das Fazit durchziehe, der ist ab 16. Das hat mich auch nochmal hart gewundert, dass der FSK 16 gekriegt hat. Ja gut, wenn Terrifier eine 18er kriegt, dann... Ja, okay, okay, it's a point. Aber wie viel Jahr willst du Terrifier sonst machen? Aber okay, komme ich schnell zum Fazit. Ich finde, das ist mit einer der besten Actionfilme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Komischerweise, der andere Actionfilm, die ich dieses Jahr gesehen habe, ist auch aus Asien, den ich nur ein bisschen besser finde. Und ich finde, es sind geile Schwertkämpfe, auch Kämpfe mit anderen Waffen ganz cool. Die Geschichte ist so eher so 0 nach 15 gehalten, aber hält immer noch am Ball. Er hat zwischendrin zwei, drei Längen und ja, die Dialoge sind jetzt auch nicht so auf westliche Publikum abgezielt, aber da kann man verschmerzen. Wenn man geile Schwert-Action sehen will, sollte man definitiv Uprising eine Chance geben. Und ey, was macht ihr denn sonst am Sonntagvormittag, außer euch Netflix irgendeinen Schwachsinn anzugucken? Dann nehmt euch durch die zwei Stunden diesmal und guckt durch Uprising. Ich glaube, ich hoffe dann, was so actionreicher Historienfilm angeht, hoffe ich vielleicht einfach mal auf Gladiator 2, dass Ridley Scott da abliefert. Der ist noch länger als zwei Stunden. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Den Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Ihr könnt natürlich sehr gerne uns positiv bewerten und kommentieren. Ihr könnt auf unserer Website vorbeischauen und natürlich auch sehr gerne auf unserem Discord-Server, wo wir fleißig über alle möglichen Filme, Serien, auch mal Comics und Gaming oder was auch immer diskutieren. Natürlich gerne, wenn ihr den Film geschaut habt, sagt gerne, wie er euch gefallen hat. Dann können wir da unseren Senf da auch nochmal zugeben. Und dann würde ich sagen, Sero, hast du das letzte Wort? Ja, ich bedanke mich bei Johannes, bei meinen Eltern und bei der Academy und wünsche allen ein schönes Wochenende. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.